Aber die Natur eilt fort in ihrer stetigen Verwandlung, und indes ich noch rede, über den aufgefassten Moment, ist er entflohen, und alles hat sich verändert, und ehe ich ihn auffasste, war gleichfalls alles anders. Wie es war und wie ich es auffasste, war es nicht immer gewesen, es war so geworden. Warum nun und aus welchem Grunde war es gerade so geworden, wie es geworden war? Warum hatte die Natur unter den unendlich mannigfaltigen Bestimmungen, die sie annehmen kann, in diesem Moment gerade diese angenommen, die sie wirklich angenommen hatte und keine andere? Deswegen, weil ihnen gerade diejenigen vorhergingen, die ihnen vorhergingen, und keine möglichen anderen, und weil die Gegenwärtigen gerade ihnen und keinen möglichen anderen folgten. Wäre im vorhergehenden Momente irgendetwas um das Mindeste anders gewesen, als es war, so würde auch im Gegenwärtigen irgendetwas anders sein, als es ist. Und aus welchem Grunde war im vorhergehenden Momente alles so, wie es war? Deswegen, weil es in dem, der diesem vorherging, so war, wie es in ihm war. Und dieser hing wieder ab von dem, der ihm vorherging. Dieser letzte abermals von seinem vorhergehenden und so aufwärts ins Unbestimmte fort. Ebenso wird in demnächst folgenden Momente die Natur bestimmt sein, wie sie es sein wird, deswegen, weil sie im Gegenwärtigen so bestimmt ist, wie sie es ist. Und es würde notwendig in diesem zunächst folgenden Momente irgendetwas anders sein, als es sein wird, wenn im Gegenwärtigen nur das Mindeste anders wäre, als es ist. Und in dem Momente, der diesem folgen wird, wird alles so sein, wie es sein wird, deswegen, weil in dem zunächst folgenden Momente alles so sein wird, wie es sein wird. Und so wird sein Nachfolgender wieder von ihm abhängen, wie er von seinem vorhergehenden abhängen wird. Und so abwärts in das Unbestimmte fort. Die Natur schreitet durch die unendliche Reihe ihrer möglichen Bestimmungen ohne Anhalten hindurch und der Wechsel dieser Bestimmungen ist nicht gesetzlos, sondern streng gesetzlich. Was da ist in der Natur, ist notwendig, so wie es ist. Und es ist schlechthin unmöglich, dass es anders sei. Ich trete ein in eine geschlossene Kette der Erscheinungen, da jedes Glied durch sein Vorhergehendes bestimmt wird und sein Nachfolgendes bestimmt, in einem festen Zusammenhang. Da ich aus jedem gegebenen Momente alle möglichen Zustände des Universums durch bloßes Nachdenken würde finden können, aufwärts, wenn ich den gegebenen Moment erklärte, abwärts, wenn ich aus ihm ableitete. Wenn ich aufwärts die Ursache, durch welche allein er wirklich werden konnte, abwärts die Folgen, die er notwendig haben muss, aufsuchte. Ich empfange in jedem Teile das Ganze, weil jeder Teil nur durch das Ganze ist, was er ist, durch dieses aber notwendig das ist. Was ist es denn also eigentlich, das ich soeben gefunden habe? Wenn ich meine Behauptungen im Ganzen übersehe, so finde ich dies als den Geist derselben, jedem Werden ein Sein vorauszusetzen, woraus und wodurch es geworden ist. Jedem Zustande einen anderen Zustand, jedem Sein ein anderes Sein vorauszudenken und schlechthin nichts aus dem Nichts entstehen zu lassen. Verweile ich hierbei länger, entwickle und mache mir vollkommen klar, was darin liegt. Denn es könnte leicht sein, dass von meiner klaren Einsicht in diesem Punkt meines Nachdenkens das ganze Glück meiner ferneren Untersuchung abhinge. Warum und aus welchem Grunde sind denn nun die Bestimmungen der Gegenstände in diesen Momente gerade diejenigen, die sie sind, hub ich an zu fragen. Ich setzte so nach ohne weiteren Beweis und ohne die mindeste Untersuchung als ein an sich bekanntes, unmittelbar wahres und schlechthin gewisses voraus, wie es denn auch ist und wie ich es noch jetzt finde und stets finden werde. Ich setzte, sage ich, voraus, dass sie einen Grund hätten, dass sie nicht durch sich selbst, sondern durch etwas außer ihnen liegendes Dasein und Wirklichkeit hätten. Ich fand ihr Dasein für ihr eigenes Dasein nicht hinlänglich und fühlte mich genötigt, um ihrer Selbstwillen noch ein anderes Dasein außer ihnen anzunehmen. Warum nun wohl fand ich das Dasein jener Beschaffenheiten oder Bestimmungen nicht hinlänglich, warum fand ich es als ein unvollständiges Dasein? Was mag es sein in ihnen, was mir einen Mangel verrät? Dies ohne Zweifel ist es, zuvorderst sind jene Beschaffenheiten gar nichts an sich und für sich, denn sind nur etwas an einem anderen, Beschaffenheiten eines Beschaffenen, Formen eines Geformten und ein solches die Beschaffenheit annehmende und tragende, ein Substrat derselben nach dem Ausdrucke der Schule, wird für die Denkbarkeit derselben immer vorausgesetzt. Ferner, dass ein solches Substrat eine bestimmte Beschaffenheit habe, drückt einen Zustand der Ruhe und des Stillestehens seiner Verwandlungen ein Anhalten seines Werdens aus. Versetze ich es in Veränderung, so ist in ihm keine Bestimmtheit mehr, sondern ein Übergeben aus einem Zustand in den entgegengesetzten anderen durch Unbestimmtheit hindurch. Der Zustand der Bestimmtheit des Dinges ist so nach Zustand und Ausdruck eines bloßen Leidens, und ein bloßes Leiden ist ein unvollständiges Dasein. Es bedarf einer Tätigkeit, die diesem Leiden entspreche, aus welcher sich dasselbe Erklären durch und vermittelst, welcher es sich erst denken lasse, oder wie man sich gewöhnlich ausdrückt, die den Grund dieses Leidens enthalte. Was ich dachte und zu denken genötigt war, war daher keinesweges dies, dass die verschiedenen, aufeinanderfolgenden Bestimmungen der Natur als solche einander bewirken, dass die gegenwärtige Beschaffenheit sich selbst vernichte, und in den künftigen Momente, da sie selbst nicht mehr ist, eine andere, die nicht sie selbst ist und die in ihr nicht liegt, an ihrer Stelle hervorbringe, welches völlig undenkbar ist. Die Beschaffenheit bringt weder sie selbst, noch etwas anderes außer ihr hervor. Eine tätige, dem Gegenstande eigentümliche und sein eigentliches Wesen ausmachende Kraft ist es, welche ich dachte und denken musste, um die allmählige Entstehung und den Wechsel jener Bestimmungen zu begreifen. Und wie denke ich mir diese Kraft, welches ist ihr Wesen und die Art ihrer Äußerung, keine andere als die, dass sie unter diesen bestimmten Umständen, durch sich selbst und um ihrer selbst willen, diese bestimmte Wirkung und schlechthin keine andere, diese aber auch ganz sicher und unfehlbar hervorbringe. Das Prinzip der Tätigkeit, des Entstehens und Werdens an und für sich, ist rein in ihr selbst, so gewiss sie Kraft ist und in nichts außer ihr. Die Kraft wird nicht getrieben oder in Bewegung gesetzt, sie setzt sich selbst in Bewegung. Der Grund davon, dass sie gerade auf diese bestimmte Weise sich entwickelt, liegt teils in ihr selbst, weil sie diese Kraft ist und keine andere, teils außer ihr selbst in den Umständen, unter denen sie sich entwickelt. Beides, die innere Bestimmung der Kraft, durch sich selbst und ihre äußere, durch die Umstände, muss sich vereinigen, um eine Veränderung hervorzubringen. Was das Erste anbelangt, die Umstände, das ruhende Sein und Bestehen der Dinge, bringen kein Werden hervor, denn in ihnen selbst liegt das Gegenteil alles Werdens, das ruhige Bestehen. Was das Zweite betrifft, jene Kraft ist, so gewiss sie denkbar sein soll, eine durchgängig bestimmte, aber ihre Bestimmtheit wird vollendet durch die Umstände, unter denen sie sich entwickelt. Eine Kraft, denke ich nur, eine Kraft ist für mich nur, inwiefern ich eine Wirkung wahrnehme. Eine unwirksame Kraft, die durch eine Kraft sein sollte und kein ruhendes Ding, ist völlig undenkbar. Jede Wirkung aber ist bestimmt. Und da die Wirkung nur der Abdruck, nur eine andere Ansicht des Wirkens selbst ist, die wirkende Kraft ist im Wirken bestimmt. Und der Grund dieser ihrer Bestimmtheit liegt teils in ihr selbst, weil sie außerdem gar nicht als ein besonderes und für sich stehendes gedacht würde. Teils außer ihr, weil ihre eigene Bestimmtheit nur als eine bedingte gedacht werden kann.